Ja, was ist denn da los? Der Markt schießt in die Höhe. Hast du, Rüdiger, nicht gestern noch erzählt, dass du von der Abwärtsseite eigentlich ausgehst? Ja, ganz richtig. Das ist auch mein Ausgehen gewesen. Wenn der Kurs hier wackelig nach oben gekommen wäre, hätte ich definitiv mich Short triggern lassen. Problem ist nur, er ist ja nicht wackelig hochgegangen. Also insofern Verwechslungsgefahr bestand dann nicht. Aber daran seht ihr auch, dass man nicht vorhersagen kann, was als nächstes passiert. Dann kommt irgendeine Nachricht, irgendeine Information, irgendetwas und die Marktteilnehmer reagieren anders. Für all diejenigen, die jetzt sagen, siehste, es liegt ja doch an den Nachrichten. Na klar liegt es an den Nachrichten. Das Blöde ist nur, dass die Nachricht nicht entscheidet, ob es hoch oder runter geht, sondern die Marktteilnehmer, wie sie darauf reagieren. Und die Marktteilnehmer kann man eben ein bisschen abschätzen an dem Tun, was sie eben haben. Und das ist eben wiederum der Kurs. Aber da will ich jetzt kein Glaubenskrieg anfangen. Das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Egal wie, auch egal warum. Die Marktteilnehmer haben gesagt, seit gestern Abend, man kann es ziemlich punktgenau hier festlegen, seit gestern Abend, so um die 6 Uhr oder 19 Uhr hier, da war ja auch noch mal Fettchef, ich glaube 1930 war es, wenn ich das richtig weiß, hat Fettchef Paul sich geäußert. Und seitdem ist der Kurs deutlich nach oben gegangen. Das heißt, Nachrichten bewegen natürlich den Markt. Und die Marktteilnehmer haben diese Situation positiv aufgefasst. So, was bedeutet das für die Short-Seite? Gut, getriggert wurde man hier sicherlich nicht. Es war zumindest mal nicht irgendwie ein Trigger zu erkennen, also nicht wackelig irgendwie nach oben. Und die Short-Seite also dementsprechend nicht ausgelöst. Wer hier vorher Shorts mal eingegangen, das sollte ich vielleicht auch mal kurz erwähnen, wer jetzt gesagt hat, ja du bist gut, den Short nicht getriggert. Ich fand das schon korrektiv und bin dann dementsprechend hier irgendwo schon Short gegangen. Richtig, aber dann wäre natürlich auch völlig richtig, irgendwo hier zur Not, auch hier aber 78er Marke, theoretisch schon ein bisschen nachgezogen, den Stop nachzuziehen. Dann hätte man sicherlich jetzt nicht gejubelt, weil man offensichtlich in der falschen Richtung unterwegs war, aber teuer wäre es halt auch nicht gewesen. Denn es ist ganz normales Verhalten, dass man eben sagt, okay, wenn man hier nochmal die Fortsetzung mitnimmt, dann muss man damit rechnen, dass das nicht ewig geht. Sprich, der Stop sollte auch nicht ewig weit entfernt liegen. Wenn ich auf einem kleinen Bild meinen Einstieg mache, ohne genaues, großes Bild, dann muss ich den Stop natürlich einigermaßen eng halten hier für die Geschichte. Aber das ist eine andere Geschichte. Aus unserer Sicht war jetzt das nicht wirklich, dass man hier Short getriggert war. Wenn er so gemacht hätte und hier durchgelaufen wäre, wäre das natürlich ein Short. Aber ihr seht schon, das konnte man an der Stelle vielleicht nicht erkennen. Aber man kann jetzt ganz klar erkennen, das ist es nicht. Und dementsprechend Short kam überhaupt nicht in Frage. Also da war keine Verwechslungsgefahr zu sehen. Auch nicht hier im Kleinen irgendwie, dass man sagt, guck mal, aber hier ja, aber auch hier nicht getriggert auf der Short Seite. Ja gut, also Short sind wir nicht getriggert. Aber wie war es denn mit Long? Das müssen wir uns mal genauer angucken. Denn auch hier gilt natürlich für mich jetzt zumindest mal die Überlegung, dass man sich triggert, wenn die eine Seite stark, die andere Seite eben wackerlich ist. Und wenn ich hier im Fünf-Minuten-Chart angucke, ist das relativ wenig ergiebig. Im Fünf-Minuten-Chart habe ich da nichts gesehen, was irgendwie Trigger-mäßig ist. Und im Minuten-Chart, da muss ich jetzt theoretisch sogar noch mal Daten reinladen. Das mache ich aber jetzt mal schnell für euch, damit wir da noch mal ein bisschen historisch zurück gucken können. Schauen wir da noch mal ein bisschen länger zurück. Vielleicht können wir da nämlich irgendwie was erkennen, was entsprechend dort wackelig ist. Und dann seht ihr, hier vorne fand ich es nicht attraktiv. Hier allerdings seht ihr dreiwellig. A, B, C. Hier seht ihr wackelig. Also ihr seht hier sowas wie 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ganz klar wackelig. Hier ist es vielleicht noch deutlicher A, B, C. Hier vorne finde ich das nicht deutlich. Also für mich waren das hier keine Einstiege. Typischerweise, ihr seht das schon an diesem Riesenanstieg hier. Da kommt man dann sowieso nicht rein, weil der Markt einfach einen sozusagen übergeht. Aber das sind hier mögliche Einstiege für die Long-Seite. Wenn ihr euch jetzt fragt, hast du das gehandelt? Nein, ich handel typischerweise auf Minutenbasis nicht. Und insofern haben wir das im Fünf-Minuten-Chart, Minuten-Chart nicht in der Umsetzung. Trotz alledem würde ich im Minuten-Chart handeln, wäre das zumindest mal ein möglicher Trigger für die Long-Seite. Denn auch hier gilt natürlich grundsätzlich, wenn ich mir das angucke, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Es ist sehr schnell, es ist sehr kurz runter. Kann man sagen, überspringt man. Aber es ist zumindest mal, wenn das ist, ein klares Zeichen, dass Short nicht im Moment die richtige Seite ist, sondern dass die Long-Seite die bessere ist. Nachteil dieses Ansatzes ist natürlich, dass man immer darauf angewiesen ist, dass man solche Situationen hat. Manchmal sieht man die, manchmal sieht man sie nicht. Hier hätte ich das zum Beispiel nicht so attraktiv gefunden. Klar, vielleicht ist das auch ein Dreiwähler, aber wenn es so sehr unsymmetrisch ist, wenn das so ein bisschen komisch verschoben, undeutlich ist, dann bin ich da sehr vorsichtig, was neue Trades angeht und nicht so der ganz große Freund davon, da mit dabei zu sein. Ob man jetzt auf Minute unbedingt handeln muss, ist natürlich auch noch mal so eine Geschichte. Ich bin da gar nicht so ein großer Freund davon, aber gucken kann man natürlich. Ihr seht auch hier starke Abwärtsbewegungen und wenn ihr euch nicht sicher seid und sagt Mensch, das ist eine Aufwärtsbewegung, ist das jetzt impulsiv oder ist es korrektiv? Guckt euch die Gegenbewegungen an und wenn die überschneidend sind, das sind sie hier in dem Fall, wisst ihr, dass diese Richtung eigentlich nicht die richtige ist und streng genommen, wenn wir das zwischentief durchstoßen, die andere Seite die richtige ist. In dem Fall also nach wie vor die Abwärtsseite. Das ist nur eine Orientierung. Ich will jetzt nicht, dass ihr sagt, okay, alle Heilmittel, damit kann ich nie wieder falsch liegen. Ich liege immer richtig und ich sehe zu jedem Moment in dem Markt, wie die Situation da ist. Nein, kann ich euch beruhigen oder enttäuschen? Das wird nicht der Fall sein, aber wenn ihr diese Verhaltensmuster erkennt im Markt, dann könnt ihr schon mal sagen, jetzt habe ich nicht mehr das ganz tolle Gefühl, denn es geht offensichtlich nicht in die richtige Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit, die ich der Situation eigentlich gerne zu billigen möchte. Soweit die Aufarbeitung des jüngsten hier. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Jetzt ist der Kurs ja noch mal weiter gestiegen. Er ist auch hier noch mal über dieses hoch ein bisschen drüber hinaus gelaufen. Das ist natürlich crazy interessant, denn es zeigt, okay, die Marktteilnehmer nutzen diesen möglichen Widerstand offensichtlich im Moment noch nicht. Das kann durchaus bedeuten, dass die Korrektur, die ich hier angedeutet habe, noch ein bisschen auf sich warten lässt. Also im Moment ja auf jeden Fall und dass der Kurs vielleicht doch erst noch mal steigt. Das wäre für alle Jahresendrallye jünger natürlich besonders attraktiv. Zumindest mal ist im Moment nicht die Short-Seite zu erkennen im Großen, dass da schon irgendwas losgelegt hat. Im 5-Minuten-Chart passt ein bisschen auf. Wenn im 5-Minuten-Chart oder Minuten-Chart seht ihr 1, 2, 3, 4, 5. Es ist überlappungsfrei. Wenn der Markt hier in den nächsten Stunden zum Beispiel dreiwellig nach oben geht und das Ganze hier nach unten triggert, ist das mindestens noch mal ein Short hier wert aus meiner Sicht. Sprich, dass ich das hier noch mal, also das, was hier vorne haben, auf jeden Fall noch mal wiederholt. Das wäre ja selbst im Umfeld dieser Bewegung jetzt hier gar kein großes Drama, wenn der Kurs sowas in der Richtung macht. Hier ist ein bisschen Nachthandel, die Verzögerung. Theoretisch könnte man die einigermaßen rausschneiden. Dann hat man hier steil nach oben. Dann hätte man hier im Prinzip dieses Bild, also Intraday ohne Nachthandel sähe das so aus, mit Nachtverzögerungen dann natürlich ungefähr so. Aber das ist ja noch kein negatives Bild. Das wiederum würde später dann sagen, wenn der Kurs dann wieder da dreht, dass wir hier die nächste Long-Situation dann haben. Zum Beispiel, wenn das dann in etwa so aussieht. Also es bieten sich die nächsten Trades da gegebenenfalls schon an, nachdem die Abwärtsseite jetzt hier sehr stark und nicht überschneidend ist. Fünffälligkeit auch noch auf zeigt. Lange fünfte Welle ist kein Problem. Fifth Wave Extension, sagen die Profis dazu. Das ist völlig okay. Wenn es jetzt korrektiv, also dreiwellig oder irgendwie mit Kursüberschneidungen nach oben geht, also eben nicht mit der gleichen Dynamik, dann wären die letzten Tiefs hier eine Möglichkeit, auf die Short-Seite eben noch mal aufzuspringen. Also da sehe ich das. Allerdings anders als dass ich das gestern gesagt habe, ist das nicht gesagt, dass es jetzt zwingend von hier darunter geht. Das wird dann hier wiederum entschieden, nachdem wir diese 1 zu 1 Geschichte haben. An der Stelle ist beides realistisch. Warum ist es so? Na ihr erinnert euch, dass klassische Rücksetzer doch gerne in diesen Bereich reinlaufen. Und dieses Ziel für diese Idee, für diese Abwärtsseite läge ja genau in diesem klassischen. Das heißt, an der Stelle wird dann entschieden, ob gedreht wird oder nicht. So, und wer jetzt total unzufrieden ist und sagt, ich habe, ich muss das doch vorher wissen. Das ist ja schön, dass du als Intraday Gucker oder Händler, je nachdem hier. Und das machst. Wie gesagt, 5 Minuten Chart ist für uns typischerweise jetzt nicht vorrangig, was wir umsetzen. Aber denkbar wäre es mitunter. Aber das kann ich doch nicht gucken. Ich muss doch vorher wissen, ob es da weitergeht. Und das ist die Sache. Das geht leider nicht. An der Stelle sind wir wieder offen. Das muss jetzt nicht exakt die Stelle sein. Aber wenn dann ungefähr zu dieser Zeit, wann auch immer das ist. Also bitte jetzt nicht genau die Uhrzeit abmessen. Wir wissen ja nicht, wie breit das jetzt hier alles noch läuft. Aber wenn dann die nächsten Daten kommen. Also zum Beispiel heute ist jetzt, können wir mal schnell gucken, heute Abend jetzt nicht mehr so richtig was zu erwarten. Der ISM Manufacturing, der ist schon durch, ist negativ, ist nicht so dolle. Also unter 50 ist nicht so gut. Da müssten wir mal hier reinladen. Zumindest von der Erwartung war der negativ. Die echte Ausprägung ist noch schlechter gewesen. Kein Wunder, dass der Kurs jetzt aktuell runtergeht. Also ihr seht, das ist alles nicht so richtig dolle. Unter 50 ist ja mal nicht gut. Will ich jetzt gar nicht groß bewerten. Denn die Zahl ist zwar super interessant. Für mich ist aber als Marktteilnehmer interessant, wie der Markt sich darauf reagiert. Wie er sich bewegt. Die Zahl, mit der kann ich nichts anfangen. Wenn die Leute jetzt sagen, oh, das ist eine schlechte Zahl. Das ist super. Dann wird die FED wieder gute Politik machen für uns. Oder, oh, das ist schlecht. Das ist für den Markt dann schlecht. Ja, da können wir jetzt raten. Aber ich muss nicht unbedingt raten. Ich kann ja gucken, wie die Marktteilnehmer darauf reagiert haben. Ihr seht schon, heute sind so keine ganz wichtigen Termine mehr. Können wir mal ganz kurz drauf gucken. Morgen ist nachmittags in Nonfarm Payrolls. Es ist der erste Freitag im Monat. Extrem wichtig. Ich würde mich also gar nicht mal wundern, wenn dieser Rücksetzer, den ich gerade angesprochen habe, wenn der sich vielleicht bis morgen in diesem Bereich hier so halbwegs hinzieht. Das werden wir sehen. Also wenn der natürlich jetzt heute Nachmittag weiter fällt wie ein Stein, dann ist die Situation sowieso erstmal rum. Aber es ist durchaus denkbar, dass morgen um 14.30 Uhr die nächste relevante Entscheidung gefällt wird. Und wenn sie in diesem Umfeld, zum Beispiel von so einem Tief, eben fällt, dann wird entschieden, ob das passiert oder das. Und dann kann ich gegebenenfalls ich mich auf der Long-Seite triggern, falls ich dann sowieso noch Short bin, könnte ich theoretisch drinbleiben, Stopp, nachziehen. Und wenn er weiter fällt, super. Wenn er umdreht, dann kann ich hier spätestens dann auf die Long-Seite springen. Das ist jetzt nur so ein Angebot. Ich weiß nicht, ob das bis morgen so durchhält. Aber wenn ihr sagt, das ist mir zu kurzzeitig, dann könnt ihr natürlich nach genau diesem gleichen Verlaufsmuster in einer Nummer größer, zum Beispiel im 4-Stunden-Chart gucken, falls er das macht. Eben wie gesagt Short. Oder wenn er jetzt irgendwie so läuft, naja, dann an der Stelle entsprechend wieder Long. Denkt dran, 14.30 Uhr morgen wird dann nochmal spannend. Das nächste Video, bevor ich gleich die anderen Indizes nochmal angucke, das nächste Video dieser Art, kommt ja morgen erst nach 14.30 Uhr. Ein Tipp, naja, müsst ihr selber wissen, aber handelt auf kurzen Zeitebenen nicht notwendigerweise vor diesen Terminen. Die Wahrscheinlichkeit, sehr schlecht ausgeführt zu werden, ist relativ groß. Viele hoffen dann, ja, aber da kann ich innerhalb von Minuten hunderte oder tausende Punkte machen und tausende Euro verdienen. Das ist völlig richtig. Das kann durchaus passieren. Blöderweise ist das keine Einbahnstraße. Es kann auch sein, dass ihr innerhalb von Minuten dort sehr, sehr viel Euro oder Punkte oder später dann Euro dann umgerechnet verliert. Also insofern, aus meiner Sicht ist das eine unnötige Gefahrenquelle und deshalb handeln wir Intraday, wenn wir 15 Minuten Charts handeln oder Stunden Charts handeln, nicht, wenn wir das über diesen Zeitraum dann entsprechend da machen müssen. Für unsere längerfristigen 4-Stunden-Tages-Charts, Trades oder Wochencharts, Trades spielt das natürlich keine Rolle, weil sonst ist immer irgendwie was. Ja, morgen wieder Daten, heute dürfen wir nicht handeln. Ja, übermorgen wieder Daten, da dürfen wir nicht handeln. Das geht natürlich nicht. Aber ihr müsst halt damit rechnen, wenn ihr auch mal 5 Minuten handelt, 15 vielleicht noch, je nachdem, kommt ein bisschen auf Verlauf drauf an, dass ihr dann durch sehr schnelle Hin- und Her-Bewegung rausfliegt dort. Das ist nicht effizient nutzbar und es besteht eine Chance auf einen Gewinn, aber sie steht im Verhältnis zu den Risiken zu dieser Zeit, aus unserer Sicht zumindest mal nicht in einem sinnvollen Verhältnis. Deshalb mein Tipp, kurz vor diesen Terminen auf den kurzen Zeitebenen keine Orders mehr reinstellen, abwarten, wie der Markt reagiert, gucken, gibt es eine Schubrichtung, eine neue und dann entsprechend da aufspringen in die jeweilige Ausbruchsrichtung nach der Korrektur. So, wie kann das aussehen beim S&P 500? Da haben wir hier 15 Minuten Chart, da wechseln wir auch mal ruhig auf den 5 Minuten Chart hier. Ebenfalls den Anstieg nochmal nach oben gehabt, also insofern der Teil erstmal gut. Jüngst allerdings sehen wir, dass wir sehr stark nach unten sind, das heißt meine aktuelle Ausrichtung für den Nachmittag ist, sobald wir dreiwellig nach oben gehen und, das ist ganz wichtig, Triggern wäre das die nächste Short-Richtung, ob das jetzt von hier aus passiert, ob er noch weiter fällt und danach erst die Korrektur macht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auch denkbar, dass er das macht, aber dann weiß ich, dass ich nicht Short gehen kann. Wenn er dann sogar noch das macht, welche Richtung glaubt ihr, werde ich dann wohl einschlagen, wenn er hier drüber geht? Also, obwohl ich nicht weiß, was passiert, habe ich damit immer eine Möglichkeit, sinnvoll im Markt mit zu agieren. Das solltet ihr so im Hinterkopf haben, wenn ihr eure Positionierung eingeht. Also, wenn ihr eine scharfe Bewegungsrichtung habt, wartet auf die schwache Bewegungsrichtung. Die sollte idealerweise so halbwegs die Mitte, ich mache das nochmal hier einmal als Zeichnung, ich mache es nochmal groß, weil viele auf kleinen Geräten immer mitgucken, also höchster bis tiefster Punkt in diese Ecke klassischerweise, dann muss es aber dreiwellig oder mehrfach mit Überschneidung sein und dann wäre das hier ein wunderbarer Trigger für die Short-Seite. Erfüllt er die Bedingung nicht, indem er hier zum Beispiel höher geht, insbesondere wenn er da drüber geht, kein Short mehr. Erfüllt er die Bedingung nicht, weil er einwellig da hoch geht, keine Short-Situation. Erfüllt er die Bedingung nicht, weil er so nach oben geht, eventuell schon Short-Bedingungen, denn das ist die schwache Seite und auch das wäre in Ordnung, nur dürft ihr dann nicht davon ausgehen, dass diese Länge automatisch da hinten nochmal passiert. Also wenn er dann das durchstößt, sehr gerne durchstößt er dann das, also dass er das hoch nochmal durchstößt, aber wenn der Rücksetzer so klein ist, dann ist nicht gesagt, dass das ewig noch läuft. Ihr seht das hier oben, toller Anstieg, so halbwegs dreiwellig, aber es ist halt weit über der Box, die Box müsste irgendwo hier liegen, es ist weit drüber. Das heißt, wenn er da durchgeht, geht er auch hier drüber und da seht ihr schon, er lohnt sich kaum. Ja, hat er auch gemacht, aber es lohnt sich ja nicht als Trade. Das heißt, nette Situation, ich habe also noch die Idee für die Aufwärtsrichtung, aber eben nicht lohnenswert, um da einzusteigen. Also das ist sehr vereinfacht, aber das, was diesen Handelsansatz eben ausmacht. Nasdaq ist grundsätzlich ähnlich. Hier haben wir vielleicht noch ein kleines Gimmick, dass wir hier ja relativ stark unterwegs waren. Das ist ein Dreiweller hier runter und hier ist jetzt gerade die Longseite wieder getriggert worden. Das Ganze steht immer noch unter dem Verdacht, oh, das ist irgendwie was Korrektives, weil wir seitdem tief, das ist der tiefste Punkt hier. Und die Bewegung seit diesem tiefsten Punkt, die sieht bis jetzt ganz schön korrektiv aus. Ihr seht, dass wir immer wieder die Rück, ich mache es nochmal frisch, dass diese Rücksetzer hier überschneidend sind. Da bin ich noch nicht so richtig glücklich mit. Aber trotz alledem, das, was wir hier haben, das, was wir hier haben, A, B, C, suggeriert erstmal die Longseite. Manch einer mag vielleicht hier long gegangen sein, trotz dieser Unsicherheiten hier vorne. Dann müsste der Stop hier liegen oder unter der 78er Marke irgendwo da. Das kann man auch bezahlen. Also die 78er, das muss man nicht so machen, das machen wir so. Das heißt, tiefster Punkt, höchster Punkt, Stop läge quasi jetzt hier. Warum da? Warum nicht hier? Weil statistisch gesehen, wenn wir hier gestoppt werden auf diesem Niveau, ja, dann werden wir ziemlich wahrscheinlich auch hier noch gestoppt. Dann kann ich mir das sparen. Das ist nicht immer so. Es gibt manchmal, dass es tiefer geht. Aber meistens reicht er nicht bis an die 78er zurück. Ja, also ihr seht oberhalb. Ihr seht auch hier oberhalb. Das sind jetzt wenig Beispiele, das ist jetzt nicht konkret genug. Aber lasst euch das sagen. Diese Rücksetzer sind typischerweise nicht so stark, wenn er die 78er hat. Also habt ihr schon eine Idee, wenn ihr jetzt die ganz ruhige Kugel schieben wollt, hättet ihr dort euren Long-Einstieg, habt hier euren Stopp und die hoffnungsfrühe Erwartungshaltung, dass der Kurs das, was er hier vorne gemacht hat. Das habe ich jetzt nicht richtig getroffen, aber ist gerade noch mal. Und das, was er hier vorne gemacht hat, dass er das hier hinten quasi noch mal... Es ist nicht so einfach. Im Alter lässt er es mit der ruhigen Hand nach. Und wenn es dann so eng ist... Oh je. Ich darf es gar nicht laut sagen. Jetzt kriege ich den nicht mehr erwischt hier. Wisst ihr was? Jetzt zeichne ich das gerade noch mal. Jetzt machen wir es mit Absicht. Also einmal tiefster Punkt, höchster Punkt, wieder der tiefste Punkt. So, dann wäre das Mindestziel eigentlich hier. Wie gesagt, das Ganze steht ein bisschen unter dem Verdacht, vorsichtig, was ist denn das hier vorne? Das ist eigentlich nicht passend. Wäre das das echte Tief, also wäre das niedriger als der Punkt oder der eben höher, dann wäre das meine Zielerwartung. Und dann seht ihr, oh, wenig Risiko gegenüber relativ viel Target. Das könnte uns beim NASDAQ auch noch passieren. Das wäre das bullische Bild. Wie gesagt, das lässt mich so ein bisschen zweifeln. Deshalb finde ich diesen Trigger nicht ganz so gut, wegen dieser Geschichte für uns nicht umzusetzen. Die Zeit wäre eigentlich hervorragend. Vier-Stunden-Charter handeln wir gerne. Die Idee finde ich super, aber das, was wir hier vorne haben, gefällt mir nicht. Jetzt habe ich aber eine neue Situation, die ich dann auch wirklich umsetzen kann. Nämlich, wenn er nach diesem Anstieg jetzt A, B, C runter geht, könnte ich zumindest mal diesen Einstieg hier. Also diesen Einstieg hier nehmen, habe den Stop dann hier, respektive 78er Marke, Target 1 zu 1 dieses hier, mit Chancen auf noch weiter. Das heißt, ich muss da nicht unbedingt Gewinn hier mitnehmen, kann den Stop einfach hinterherziehen, habe noch weniger Risiko und habe im Endeffekt eine ähnliche Gewinnweite, allerdings durch das geringere Risiko mit einer viel höheren Stückzahl. Das heißt, das macht noch mehr Laune. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Aber wenn es so kommt, dann ist das für uns ein Trade. Also ihr seht, in die Zukunft gucken können wir auch nicht. Wir können aber sehen, was typische Verlaufsmuster sind und uns dann an diesen orientieren. Und den Rest ist einfach, ja, wir haben Stop gesetzt. Wenn wir falsch liegen, verlieren wir halt ein bisschen was. Wenn wir aber richtig liegen, verdienen wir deutlich, deutlich in dem Fall sogar mehr. Das heißt, das wäre jetzt so mein Wunschszenario, dass wir hier korrektiv runtergehen, zwischenhoch hier triggern. Wenn ich das sehe, zeitnah und euch die Möglichkeit geben kann, das vorher mitzusehen hier, entweder bei Born for Trading oder als vielleicht Trade des Tages das auch vorzuschlagen, dann will ich das gerne tun. Aber wenn das zu einer Zeit ist, wo ich gerade das nicht für euch vorbereiten kann, könnt ihr dieses Muster wahrscheinlich jetzt selber erkennen. Denkt immer dran, das ist eine Korrektur. Alternativ könnte eine Korrektur auch mehrwellig mit Überschneidungen aussehen. So in der Richtung ändert sich an der Idee allerdings nichts. Nur zu tief sollte es nicht runtergehen. Wenn er jetzt ohne diesen Trigger hier runter geht beispielsweise, dann ist die Long Idee, war ein Fehler, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja nicht Long getriggert worden. Also da bahnt sich ein bisschen was an. Auf der kleinen Ebene werden wir vielleicht sogar noch mal einen Short miterleben. Für die, die Intraday das verfolgen wollen, so in der Richtung, das könnte ich mir hervorragend vorstellen. Hier ABC, ein bisschen blöd jetzt gezeichnet, aber ich denke, das Prinzip habt ihr verstanden. Für all die Intraday-Trader, die kurzfristig was machen wollen, ist das gar nicht so uninteressant. Diese relativ deutliche Abwärtsrichtung bietet die Chance auf einen Trade heute Nachmittag, heute Abend, vielleicht morgen Vormittag oder Mittag. Mal sehen. Achte nur drauf, die Arbeitsmarktdaten, da würde ich vorsichtshalber lieber die Pause bevorzugen. Gucken wir auf den DAX, der ist auch nach oben gegangen. Da hatten wir ja auch gesagt, eher abwärts, aber getriggert hat er die Tiefs hier jetzt auch noch nicht. Jetzt ist der allerdings hier oben drüber. Ihr seht, der ist über der 78er Marke. Muss ich, glaube ich, gar nicht einzeichnen. Ich mache es trotzdem für die ungeübten Augen. Ich mache das auch nochmal eben groß. Dann treffe ich die Linien auch besser. Höchster Punkt, tiefster Punkt. Er war über der 78er Marke. Okay, die Short-Seite ist vorläufig für mich, zumindest mal in diesem Bild, jetzt nicht wirklich attraktiv. Es kann ja trotzdem runtergehen, aber die Umsetzung ist so mit Einstieg hier. Das lohnt sich nicht, das macht keinen guten Eindruck hier. Das ist kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das taugt nichts mehr. Wir können mal gucken am FDAX, ob man da vielleicht Intraday schon irgendwie was sehen kann. Das heißt, oh, das finde ich eine sehr interessante Situation. Denn der DAX Future, so wie wir ihn hier sehen, bietet sogar nochmal eventuell eine Long-Situation. Der Anstieg ist zwar, ist ja überlappungsfrei. So richtig nicht, ja, mit den vielen Korrekturen. Er hat hier schon, das ist, vielleicht machen wir das noch als Abschluss. Das ist gar nicht so schlecht. Schaut mal, das ist bis dahin dreiwellig runter. Das wäre doch ein möglicher Trigger für die Long-Seite. Jetzt gucken wir nochmal von der Tiefe, ist er tief genug gegangen? Ja, wir sind unter der 38er-Marke. Er ist zwar etwas zu früh, er ist unter dieser Linie, allerdings nicht so weit weg. Ich mag es immer lieber, wenn er rechts von dieser Linie hier irgendwo landet, weil das bedeutet, dass der, also wenn er da links da drunter ist, bedeutet das, dass die Korrektur schneller, sprich mehr Dynamik hatte als der Anstieg. Eigentlich soll es ja umgekehrt sein, dass die Korrektur langweiliger ist als der Anstieg. Deshalb idealerweise unter der schrägen Linie. Ist jetzt nicht so arg weit entfernt, also man konnte den machen. Aber ihr seht schon, es sind so zwei Kleinigkeiten, die nicht gut sind. Die Strecke ist mit den Gegenbewegungen nicht wirklich überlappungsfrei. Es sind zu viele, selbst in kleiner, in gleicher Größe, zu viele Überschneidungen, um mich richtig glücklich zu machen. Also das ist ein kleiner Nachteil. Häufig werde ich gefragt, bewertet ihr irgendwie die Trades nach Güteklasse oder sowas. Das ist ein Punktabzug, sagen wir mal. Und er ist unterhalb der Linie, das ist nochmal ein Punktabzug. Man kann das natürlich trotzdem handeln. Es ist nicht gesagt, dass das nicht doch in diese Richtung geht. Dann wäre der Trigger hier. Das Gewinnziel, das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das nochmal einmal ganz kurz machen, obwohl ihr wahrscheinlich schon sagt, wieso? Wir wissen doch schon, wie es weitergegangen ist. Aber mir ist es wichtig, damit ihr versteht, wie wir denken als Händler. Ziel wäre, dass wir diese Marke haben. Einstieg ist ja diese Marke und der Stop, 78er Marke beispielsweise. Gibt es natürlich verschiedene Varianten, die man fahren kann, aber machen wir mal das. 78er Marke, das ist hier an dieser Stelle. Das heißt, das war mein Risiko. Das war mein möglicher Gewinn. Und wir wissen inzwischen schon, okay, er hat es getriggert und ist nach unten raus. Das heißt, der Stop ist gerissen worden. Ein bisschen nachvollziehbar, weil es eben nicht so sauber war, mehrere Nachteile eben hatte. Also ihr seht, da kann man noch eine Menge feintunen, wenn man das dann noch mit berücksichtigen will. Aber ich will euch damit zeigen, es ist gar nicht gesagt, dass man damit immer richtig liegt. Aber das ist das, was wir riskiert haben, um typischerweise das zu bekommen. Und jetzt stellt euch einfach vor, wir liegen damit, sagen wir mal, in der Hälfte der Fälle richtig. Das heißt, wir machen einmal diesen Verlust und einmal diesen Gewinn. Dann haben wir, wenn ich den Verlust abziehe, das ist unser Gewinn bei zwei Trades. Wenn wir nur in der Hälfte der Fälle damit richtig liegen. Also ihr seht schon, es geht nicht darum, immer zu wissen, was als nächstes passiert, sondern es geht darum, die Situation so zu gestalten, dass sie für einen vorteilhaft ist. Und dieser Trade ist vorteilhaft, auch wenn dieser Einzelne jetzt konkret negativ ist. Ich bin da ein bisschen pingelig, wenn wir mehrere Punkte haben, die nachteilig ist, dann bin ich da eher etwas zurückhaltend. Aber das ist ein schönes Beispiel, um diesen Zusammenhang zu verstehen. Schöner wäre es gewesen, wenn das einwellig hoch wäre oder wenn das nach oben gelaufen wäre und dabei aber überlappungsfrei gelaufen wäre. Das heißt, Korrekturen ja, aber eben mit einem gewissen Abstand. Das haben wir hier nicht gehabt. Also insofern zeichnete sich das schon ab, dass das Risiko hier mit falsch zu liegen etwas größer, ist. Aber es ist mir wichtig, dass ihr das auch nachvollzieht, nicht, dass ihr den Eindruck habt, damit liege ich immer richtig und jetzt habe ich doch mal negativen Trade. Was habe ich falsch gemacht? Es ist reine statistische Aufgabe sozusagen, die wir als Händler eben haben, das abzuarbeiten. So, damit haben wir sie alle durch. Was kann man beim DAX sagen? Ich finde den DAX am unattraktivsten im Moment. Und zwar deshalb, weil der hier nicht vom höchsten Punkt hier irgendwie gestartet ist. Man kann sagen, das ist ein Fünfweller runter, überlappungsfrei übrigens. Man kann sagen, das ist eher Korrektiv. Der bietet nur nicht so einen schönen Trigger für die Short-Seite. Aber ich finde auch beim DAX aktuell das Abwärtsbild besser. Aber ich habe es eben gerade angedeutet. Ja, das finde ich eher Korrektiv. Aber ich mag es lieber, wenn das deutlicher vom ABC ist. Muss jetzt nicht ganz so sein, aber so irgendwie was ist. Und nicht überwackelt. Wenn ihr einen Meter nach hinten rutscht, sieht das aus wie eine Linie nach oben. Das heißt, der Unterschied ist mir nicht deutlich genug. Das heißt, da bevorzuge ich die amerikanischen Indizes. Zumal sie ja da schon ein bisschen eine Andeutung machen. Klarer Schub runter. Mal gucken, ob wir gleich wackelig nach oben kommen. Das könnt ihr euch dann selber mal angucken. So, in diesem Sinne, sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber ich glaube, das war jetzt wichtig, dass wir das mal durchgegangen sind. Euch liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.